So, weiter geht's hier. Gute Sache auf jeden Fall. Okay, nächste Katzin. Lustig, lustig. Bappen, bappen, bäh. Bäh, 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 bäh. Figuren. Wenn ich eine Schlüssel hatte, wäre es anders. Du bist tatsächlich wert, einen zu benutzen? Oh. Ich bin wert. Huh? W-What do you mean? The old coot promised to bequeath me his. Why else do you think I would ever put up with all his nonsense? It'd be wasted on you. Heh. As if. What? Oh. 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 Hm. Ist er tot? Äh, ich predicte nein. I'm gonna go. Oh. I'm gonna go. Oh. Oh, pw. Ist das eine Replika für Nominay? Ja. Ich wünsche, dass wir sie jetzt helfen können. Aber erst... Ich weiß. Ich gehe nach Ansem. Okay. Ich gehe helfen die anderen. Ah, da war es schon. Eigentlich war ja noch Dullibert hier, ne? And Sam. Zumindest einer von denen. Dann auf zum Mickey Maus. Wunderhaus. Ich habe schwierig die Viagra ausgerüstet. Ich bin so ein Idiot. Egal. War mir auch so. Hm. Your Majesty! So! Hm. 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 Ja. Okay, Finale, erstmal Tentakel im Gewicht, das gefällt mir, Maluxia, Maluxia, Lauria, Maluxia, nochmal in Echtheis. Oh, ich sterbe gerade. Oder doch nicht. Huch, hab ich ihn getötet. Oh, ich kenne dich. Oh, ich kenne dich. Xemnas! Nee. Das war genau das was ich brauchte. Was ist das? Zora, ein finaler Spiel. Die Regeln sind einfach. Alles, was du musst, um zu gewinnen, ist, finde ich in dieser Karte, und mich unterbecken. Beide auch immer. Ich kümmere mich erstmal um die beiden, beiden Skullis hier, da hinten wackelnde Karte. Entschuldigung? Vielleicht können wir mich doch erstmal um den. So lange! Es ist mehr Spaß, wenn du die Ehren verletzt. Naiku, lebe gefährlich so. Ja. Gotcha! Das war geil. Es ist mehr Spaß, wenn du die Ehren verletzt. Lebe gefährlich so. Du bist für diese Art von Spielern. Was ist das? Eine wilde Karte. Du hast es gewonnen. Du hast es gewonnen. Hör auf zu es. Ich könnte die Tables aufrufen. Spiele mal wieder. Wenn wir nur Leute sind. Ich würde das sehr lieben, Zora. Haben die jetzt alle noch ihre Redemption hier, oder was? Ist ja dumm. Ich bin traurig. Ich nicht. wieso? Ich habe mich. Ja, ja. 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 Henne. Aktien bleibt brutal. Im rechten Sinne bei ihr Battle in Kingdom Hearts 2 Final Mix ist natürlich nur auch ziemlich hart, oder? Ach, lauf Szene! Oh, das war geil! Schön während der Animation! Flagge ins Gesicht! Flagge ins Gesicht! Kontroll in die Leiste! Wir haben aber gerade gar nicht mehr bewegt. Wir kämpfen so, als würden wir mit denen in Days auch wieder einspielen. Wirklich? Ach ja! Ich bin ja echt froh, dass das vorhin in Mass Effect so gut geklappt hat. Um mal kurz off-topic zu werden. Somit ganz viele Trophäen, die ich jetzt nicht mehr um die ich jetzt nicht mehr sorgen muss. Das sind Datenkämpfe, da packen die alles aus. Ah, die Datenkämpfe sind dann auch wieder gegen die. Macht irgendwie Sinn, denke ich. Äh, gibt's Sinn. Bäm, 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 bäm. Ich mag das, dass man mit dieser, wow, Verwandlung auch schon Damage macht. Bäm, bäm, bähm, bähm, bähm. Wir sind noch einmal wieder in der Entwicklung. Ich habe dich nicht gefragt, dass du deine Verbrauchtheit hast. Ich habe mich verloren, zu ein paar Verlustern wie du. Aber es könnte besser sein. Du bist der Geyser-Heart-Tank. Keine Ahnung. Dann, warum hilfst du ihm? Ich war wirklich nur für den Gehen. Mit... Mein Geheimnis. Die End ist nye. Die End ist nye. Ich glaube nicht so. Du auch doch. Danke, Miggi. Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Boah. Alter Schwede. Wumm, bäm, bäm. Bäm, bố. Ist das eine wirkliche Laugh? Ja. Mein Herz ist erinnert, wie es sich fühlt. Wirklich? Das ist gut. Und jetzt bin ich auf dem Kuss des Reclaiming meine Identität. Meine Purpose für Being. Dankeschön, Sora. Sora, ich gehe nach Xemnas, während du die anderen findest. Hm. Hm. Okay, so. Viagrausrüsten. Ganz wichtig. Bäm. Wie als Krabbel Skarfolger. Das klingt doch perfekt einfach nur. Immerhin erinnern die sich an Newland Cross. Wie will der denn Xemnas auf anderem Wege folgen? Kompetenz. Warum gehen gerade keine Commands? Ich meine, es ist nicht so dramatisch, aber... Nightbox hat sich auch schon nicht mehr gemeldet, oder? Oder habe ich ihn nur verpasst? Ich achte, wie gesagt, nicht mehr auf ihn. Hehehe. Nein. Weil dann oben kommen wir nicht. Naja, ich habe ja gar keine Karte. Haaa! Oh. Der läuft gerade automatisch übrigens. so wie panos in the floor switch is for the doors okay so du bist aber dann habe ich jetzt ja gar keinen bock drauf muss ich sagen 1920 hatte er sich noch gemeldet das ist wie mehr zu dauern aber es ist ja eigentlich eh hoch und so und habe ich gehört bei dem wie obs geklaut haben und so es gibt ja streamlabs ob es was basically obs ist nur mit mir die streamlabs funktionen drin aber die haben das hat ohne genehmigung von ob es glaube ich gemacht was hat eigentlich ganz schön um so ein move ist ich weiß es auch nicht so genau ob das stimmt das ist einfach nur die roten ich muss irgendwie den blauen apparel öffnen warte mal ja so dann kann ich mir auch dränglich neue kupon münze kaufen schon wieder ist hier noch ein ne warte mal ich bin am anfang aber ich möchte an den anfang oder möchte ich an den anfang bin ich am anfang nein oder doch warte mal bin ich am anfang da ist das gleiche wie vorher du bist nicht am anfang okay der echte der hottie ganz schön teuer der scheiß hier habe ich habe gar nicht geguckt wie geht ich ab aber nur 18.212 geben wir erst mal dahin das ist gar nicht so leicht ich bin gesprungen wegspiel easy days oder birth ja wird verbessern deswegen gehe ich zuerst hier freien wir jetzt vielleicht terror oder so irgendeine komische art und weise mann der alter motorradfahrer ok Was ein Zufall, dass die Kämpfe mehr zufällig so spielerisch unterdallt. Hier die Birth-Charaktere oder die Days-Charaktere. Schwung lustig. Eieieieiei. Drücke seit, ich glaube, einer, oder seit ungefähr 21x. Das ist King No. 3-Erlebnis. Heile mich. Ich habe mit Zauber gesprochen. Heile mich. Ich sehe nichts. Ha! So, aufgeholt. Wenn tust du das drinnen einfach so, oh shit. Ich mag auch nix diesen Rache-Schlag, der nach dem Schlag direkt X hämmern kann und bam bam bam. War nicht der mitschreiben, okay? Fällt mir. Was? Wie? Wie? Ich werde doch zwei Lebens leisten, what the fuck. Ich weiß, oder? Hat sich da gerade irgendwie... Ach, er hat sich dazwischen geschummelt. Er hatte wohl noch weniger Leben. Oh. Let's go. Okay. Verstehe. Seine Redemption kommt erst, wenn er tot ist. Und dann befreien wir Terra, oder? Was meint ihr? Also, du weißt es sowieso. Ich muss auch getreien, aber... Retten. Ne, ich bin kein Niemand tatsächlich. Danke, wer auch noch mich geheilt hat. Oh, welche Süßies! Bede, 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 bede. jetzt war sowas von tot das ist der körper von terra allerdings ja noch damals oder man muss ja weintet will hin war ja terras würde ja dann müsste ich auch mit ihr kämpfen er kommt gleich an so ein bisschen gebraucht ich war einige mich mal mit dem macht er sex mit terrenort und dann kommt er raus your face i'm the piece of ventus that was taken away and you're the piece ventus needed to be whole again so why shouldn't you and i look exactly the same you define me sora the same way that ventus does we are brothers who together make a greater whole then why won't you stand by our side instead of with darkness because i am darkness and by your side i am the shadow that you cast how much closer could i be but i didn't but i didn't ask for this to be sifted apart nice and neat we should be free to choose not just light not just darkness we decide what we are but ventus i did decide who i am you see and what you are is darkness what i am is darkness okay okay how is that okay vanitas okay 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 Terra! Aqua, Ben... Terra! Please! Come back! Terra! Terra! Your friends are here! Terra! Terra! You have to fight the darkness! Terra! You'll never be able to break these chains! They're our bonds! You have no power over me! Stop, Terra! Please, stop it! Farewell! No! Hmm... Terra... I kept my promise... ... ... ... ... Oh! You fell to the duck! One day... I will... set... this... right. One day... I will set... this right. I will return to this land... and protect... my friends! Terra! Now! Terra! 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 Du? Ja. Du wirst niemals auf meinen Weg zurückkehren. Du bist hier. Ich hörte dich auch, Venn. Du hast mich gefunden, genau wie du hast. Vielen Dank. Aqua und Ventus brauchen zu resten. Terra, schau sie nach ihnen. Nein, Sora. Ich werde auch. Das ist das, was er will. Für uns zu machen. Wir stellen uns in Gefahr. Sora, gehen wir. Wir treffen uns mit dir. Genau. Ich habe das. Oh, ja. Ja. Okay. Nächste Folge. Ja.